Hey, hört auf! Es wird Zeit zu sehen, was denn Margot sich wünscht. In Ordnung, ein Burger. Das ist ganz schön toll. Sind alle bereit für die Challenge? Na dann wollen wir loslegen. Oma beginnt mit dem Brötchen. Ja, getostete Brötchen schmecken gleich viel besser. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Die Oma macht aus dem Hackfleisch Hackfleischbällchen, legt sie auf die Pfanne und drückt sie mit dem Spatel fertig. Darauf kommt jetzt eine Scheibe leckerer Käse und natürlich eine Tomate, Zwiebel und das Brötchen obendrauf. Hooray! Super, jetzt ist die Schwester dran. Hm, ganz normale Brötchen passen ihr nicht. Was, ein Donut? Der sieht ja appetitlich aus. Die Schwester schneidet in den zwei Hälften und nimmt sich Schokolade. Das ist ja mega süß. Aber hier kommt noch etwas. Ah, das ist ja saures Gel. Ganz schön gut, aber sauer. Und jetzt noch ein paar Marshmallows. Jetzt noch ein paar Gummibärchen und Bärensirup. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch der Donut obendrauf und fertig sind wir. Wunderschön. Der Oma scheint das ganz schön zu gefallen. Aber Wednesday lässt sich nicht beeindrucken. Wir beginnen wie immer mit den Brötchen, aber natürlich mit schwarzen. Jetzt braten wir die Bulette. Was macht denn Wednesday da mit dem Käse? Oh wow, sieht ja richtig cool aus. Jetzt ein Stück Gurke. Wow, dieser Burger sieht ja so aus, als hätte er einen Mund. Aber hier fehlt noch was. Gut, dass das eiskalte Händchen stets zur Hilfe steht. Ah, wir brauchen ein paar Glotzer. Sieht aus, als ob das hier Wednesday braucht. Ach Oma, bitte beruhig dich. Die Hand ist ganz harmlos. Absolut. Also, Wednesday hat jetzt diese Augen. Und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Schaut euch dieses Monster an. Ganz schön gruselig, aber trotzdem appetitlich. Na, Marco, probier was. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, dieser Burger sieht richtig toll aus. Probieren wir mal. Ganz schön lecker. Und was haben wir jetzt? Sieht ganz schön normal aus. Äh, sind das etwa Zwiebeln? Das werde ich nicht essen. Und was haben wir hier? Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Oh, so viele Süßigkeiten. Also, ich such mir einen Gewinner aus. Und das ist der Burger von Wednesday. Wednesday, schmeckt richtig gut. Na, gut gemacht, Wednesday. Will die etwa lächeln? Oh, schaut euch das an. Wednesday lächelt. Und jetzt ist es ihr zu peinlich. Oh, sieht so aus, als würden sich die Schwester und das Händchen gut verstehen. Aber es ist Zeit, für das Händchen nach Hause zu gehen. Und unsere Helden sollten das nächste Gericht kochen. Heiße Schokolade. Die lieben wir doch alle, oder? Ich hoffe, alle sind bereit. Los geht's. Die Oma kocht wieder zuerst. Sie schüttet die Milch in einen Topf. Gibt Kakaopulver hinzu. Jetzt alle schön umrühren. Oh ja, eine Tafel Schokolade macht den Geschmack noch intensiver. Oh, das sieht ja schön aus. Oma gießt die heiße Schokolade in ihren Lieblingsbecher. Lieblingsbecher. Diese Art von heißer Schokolade wärmt jeden auf. Jetzt ist die Schwester dran. Hey, pass auf. Du solltest die Schokolade nicht ganz aufessen. Ja, Oma hat recht. Man muss ein bisschen Zucker hinzufügen. Oh Mann, was hat die denn vor? Schaut euch diese Naschkatze an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Zucker für die Oma. Okay, Zeit Milch hinzuzufügen. Vorsicht. Oh, Schwester, du solltest vorsichtiger sein. Du verschwendest ja die Milch. Jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe. Schaut euch diese Schönheit an. Diese Creme ist so bunt. Und das sieht ganz schön appetitlich aus. Hier kommen noch ein paar Streusel drauf. Das ist ja schön serviert. Also allerhand. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Und ein paar Marshmallows. Oh, und das ist noch nicht alles. Oh, was für süße Figuren. Ich frage mich, ob die auch essbar sind. Und natürlich dürfen wir den Strohhalm nicht vergessen. Na, Wednesday, jetzt bist du dran. Da brauchst du wohl dein Händchen, oder? Oh, was für ein furchtbarer Becher. Oma, du solltest deine Nerven schonen. Wednesday schüttet Schokolade in den Becher. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf. Und natürlich Beeren-Sirup. Sieht gut aus. Und ein paar Haribo-Gummibärchen. Oh, schaut euch dieses einzigartige Arrangement an. Die heiße Schokolade ist fertig. Oh, wow. Schaut euch das an. Das sieht so schön aus. Und schmeckt richtig gut. Gefällt mir. Und das ist die heiße Schokolade von meiner Oma. Gefällt mir auch. Oh, wow. Das sieht ja komisch aus. Seltsam. Aber ich probiere mal. Auch nicht schlecht. Und wer gewinnt? Meine Schwester. Wir gratulieren dich. Die Runde geht an dich. Na, sieht so aus, als wären unsere Helden bereit für unsere nächste Runde. Was erwartet uns diesmal? Aha, sie wünscht sich ein paar Pommes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Gericht zuzubereiten und zu servieren. Mal sehen, wer was kochen wird. Natürlich fangen wir mit den Kartoffeln an. Oh, die Schwester scheint die ganz schön seltsam zu schälen. Das scheint der Oma nicht zu gefallen. Aber andererseits, es ist ja ihre Lieblingsenkelin. Jetzt müssen wir die Kartoffeln irgendwie runternehmen. Und die Oma hilft dabei. Die Schwester schneidet die Kartoffeln mit einem speziellen Messer. Schaut euch dieses schöne Relief an. Es wird Zeit, ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Wow, was für bunte Farben. Jetzt kommt etwas Öl auf die Pfanne. Und die bunten Kartoffeln kommen obendrauf. Großartig. Mit heißem Öl sollte man ganz schön vorsichtig sein. Vorsicht. Die bunten Pommes sind fertig. Die kommen jetzt auf den Teller. Und wir sind fertig. Die Oma bevorzugt eine klassische Version des Gerichts. Und manchmal ist die klassische Version die beste, nicht wahr? Oh ja, Pommes mit Ketchup. Dieser vertraute Geschmack aus der Kindheit. Gut gemacht, Oma. Ja, das habe ich toll gemacht. Und womit wird uns Wednesday diesmal überraschen? Die Kartoffeln von Wednesday sind bereit. Na, wie wird sie denn sie servieren? Ah, was ist das denn? Oh nein, Wednesday, du hast die Seite verwechselt. Oma, das solltest du dir nicht anschauen. Du Arme, du hast ja schwache Nerven. Wo waren wir? Ah ja, Pommes. Wednesday färbt die Kartoffeln schwarz. Wow, das sieht ja schön aus. Hier kommt noch etwas Ketchup rein. Und fertig sind wir. Sieht so aus, als würde die Schwester Wednesdays Gericht zu schätzen wissen. Mal sehen, was Margot dazu sagt. Na, was haben wir hier? Hä? Sind diese Kartoffeln verbrannt? Oh nee, die schmecken gut. Und mit Ketchup, großartig. Davon will ich gleich alles aufessen. Köstlich. Also, der nächste Kandidat. Sieht appetitlich aus. Ist auch nicht schlecht. Aber so wird es noch besser schmecken. Mach's gut, Pommes. Yum, yum, yum. Oh, lecker. Ich glaube, ich bin schon satt. Aber diese will ich noch probieren. Oh, die sind so richtig schön bunt. Awesome. Das schmeckt auch richtig toll. Wow. Noch ein letztes Stückchen. Ups. Keine Sorge, mir geht's gut. Also, Leute, seid ihr bereit für die nächste Runde? Na, lasst mal sehen. Pfannkuchen. Oh, das ist ja köstlich. Ich hoffe, unsere Helden wissen, wie man dieses wunderbare Gericht zubereitet. Na, los geht's. Oma ist immer die Erste. Sie gießt den Pfannkuchenteig vorsichtig auf die Pfanne. Seht ihr die Kruste? Das heißt, wir können das Ding umdrehen. Ah, dieser Pfannkuchen ist einfach perfekt. Das ist es, was jahrelange Erfahrung bedeutet. Wednesday, was ist los mit dir? Sieht aus, als bräuchtest du hier Hilfe. Lass mich raten. Schwarzer Farbstoff? Natürlich. Das ist ja schließlich Wednesday. Schön umrühren. Oh, ich glaub, die hat Spaß dabei. Na, wie auch immer. Jetzt aber braten. Sieht ja schön aus. Schwarz sieht einfach edel aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schreib's mir in den Kommentaren. Und im nächsten Video machen wir vielleicht ein Gericht in deiner Lieblingsfarbe. Und inzwischen scheint die Schwester etwas Interessantes zu machen. Wow, das ist ja kein Pfannkuchen mehr. Das ist ein Meisterwerk. Oh oh. Irgendwas an dieser Farbe stimmt nicht. Na los. Au. Das war ein Schuss direkt ins Auge. Ich hoffe, der Schwester geht es gut. Hauptsache nicht aufgeben. Egal, was passiert. Na, machen wir weiter. Oh, schaut euch dieses Einhorn an. Na, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, da ist die Oma aber ganz schön stolz auf ihre Enkelin. Und was hat die Oma da? Oh, das ist ja das gute alte Rezept. Mit Butter und Ahornsirup. Bei ihrem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die Pfannkuchen von Wednesday sind auch gebacken. Die sehen ganz schön ungewöhnlich aus. Wednesday gibt ihren Lieblingsbeeren-Sirup hinzu. Schön viel davon. Wow, was ist das denn? Sind das Spinnen? Oh Oma, beruhig dich. Diese Spinnen sind aus Schokolade. Also, probieren wir mal. Was zum Teufel ist das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Okay, den Pfannkuchen probiere ich. Juii. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh, sieht ja appetitlich aus. Schmeckt einfach super. Oh, was ist das denn? Ein Einhorn? Ist ja süß. Und schmeckt köstlich. Juhu. Und diesmal gewinnt meine Schwester mit ihrem Einhorn. Super, super, super. Ich habe gewonnen. Schon beruhig dich. Ich wünsche mir einen Donut in dieser Runde. Das werde ich schaffen. Alles klar. Oh, meine Kleine. Ich liebe es, Donuts zu machen. Ich gebe einfach den Teig in dieses Waffeleisen. Sogar ich schaffe das. Aber meine Donuts werden schön bunt sein. Cool. Du bist ja niedlich. Das ist zu viel für mich. Meine Donuts werden natürlich schwarz sein. Und zu schwarz passt am besten rot. Also wird mein Zuckerguss auch rot sein. Und darüber kommt noch etwas Weiß, damit es besser schmeckt. Hey, eiskaltes Händchen. Komm mal her. Du musst mir helfen. Bring mir bitte einen Teller. Okay, jetzt reicht's. Da kommt jetzt dieser Erdbeersirup rein. Damit fülle ich jetzt diese Spritze. Wozu? Werdet ihr gleich sehen. Hey, Oma. Gefällt dir das? Ach du meine Güte. Oma, bitte beruhig dich. What's the matter with you? Ach komm schon, das ist doch einfach nur Sirup. Ansel, du hast die Oma erschrocken. Aber ich gebe mir doch die Mühe für deine Enkelin. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Wow. Also ich würde von solchen Donuts sicher in Oma fallen. Yummy. Ich zeig dir gleich, wie man richtige Donuts macht. Also niemand braucht schwarze Donuts. Erstens. Zweitens. Donuts muss man immer mit Puderzucker bedecken. Awesome. Das sieht schön aus. Meine Donuts sind auch schon fertig. Die machen einem gute Laune. Aber damit die noch bunter aussehen, brauche ich noch ein paar bunte Streusel. Na komm schon, blöde Dose. Wieso kann ich dich nicht öffnen? Ach du meine Güte. Das ist ja richtig lustig. Hauptsache, dass sie auf meinen Donuts gelandet sind. Such dir eine Gewinnerin aus. Oh Mann. Wednesday. Das ist ja wirklich typisch, du. Die sehen gruselig aus, aber schmecken richtig lecker. Und was ist da drin? Mh, das ist ja Erdbeersirup, toll. Und jetzt probiere ich die Donuts von der Oma. Ganz schön langweilig, würde ich sagen. Die sehen ja schön aus. Richtig schön bunt. Und die schmecken toll. Also diesmal haben diese bunten Donuts gewonnen. Oh, danke schön. Ich liebe dich. Wednesday, wieso machst du das die ganze Zeit? In dieser Runde wünsche ich mir einen Cocktail. Der soll lecker sein. Das werde ich schaffen. Kein Problem. Können wir schaffen. Mein Plan ist es, einen Cocktail aus dem zu machen, was meine Schwester am liebsten mag. Dafür gebe ich diese Toxic Waste Bonbons in ein paar Formen und schmelze sie. Fertig. Na los. Mal sehen. Ja, genau das, was ich wollte. Jetzt kommen da ein paar bunte Skittles rein. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Probieren wir mal ein paar Stück. Oh ja, ich liebe die. Jetzt kommen die in meine Tassen. Und jetzt wird es Zeit für etwas Sprite. Mann, wie soll ich diese Dose bloß öffnen? Moment, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach meine Haarspange. Oh nein. Jetzt bin ich nass und klebrig. Mir geht es gut. Ich habe bloß gerade den Sprite geduscht. Wie auch immer. Der Sprite kommt in die Becher. Und oben drüber noch ein bisschen Schlagsahne. Und noch ein paar Bonbons. Und noch mehr Bonbons. Das hast du gut gemacht. Aber dein Cocktail ist so ungesund. Meine kleine Enkelin braucht natürlich Vitamine. Deshalb mache ich ihr einen Gemüse-Shake. Das Gemüse kommt in den Mixer und jetzt alles schön durchmixen. Ah, riecht wunderbar. Ich bin mir sicher, Margot wird es lieben. Das bezweifle ich. Ich werde meinen Cocktail mit Erdbeer-Sirup beginnen. Damit dekoriere ich nämlich das Glas. Jetzt kommt da etwas Sprite rein. Danach etwas grüner Sirup. Eiskaltes Händchen, ich brauche deine Hilfe. Bring mir bitte die Schlagsahne. Irgendwann werde ich das Ding zerquetschen. Hey, du hast meine Schlagsahne gestohlen. Ich beobachte dich. Vielen Dank. Du hast alles gut gemacht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Schlagsahne oben drauf. Und ein Glotzer. Stuhlheim nicht vergessen. Bitte sehr. Oh, Wednesday. Typisch Wednesday. Okay. Schmeckt aber richtig gut. Und der Glotzer. Die beste Krönung. Oma, ist das wieder was Gesundes? Probieren wir mal. Igitt, ich hasse Gemüse. Gefällt mir gar nicht. Ui, meine Schwester hat sich aber was überlegt. Probieren wir mal. Mann, schmeckt ja super. Du hast schon wieder gewonnen. Yeah, hab ich so gewusst. Diesmal wünsche ich mir köstliche Nudeln. Okay. Ich hab da schon ein paar Gedanken. Oma, hör auf zu schlafen. Es ist Zeit zu kochen. Nudeln, alles klar. Es gibt wirklich nichts Einfaches als Spaghetti zu machen. Wisst ihr, wie ich die Wassertemperatur überprüfen werde? Eis, kaltes Händchen. Hilf mir mal. Sei so lieb. Sag mir, ob das Wasser schon kocht. Okay, das Wasser ist gut genug. Ich will meine Spaghetti selber machen. Also fang ich mit Mehl an. Achi. Oh Mann, jetzt bin ich auch voller Mehl. Tut mir leid, Oma. Wollte ich nicht. So, jetzt mache ich den Teig. Ins Mehl kommt jetzt ein Ei. Oh Mann. Etwa so. Mein Teig sieht gut aus. Jetzt mache ich Kügelchen daraus. Färbe sie mit Lebensmittelfarbe. Jetzt muss ich den Teig durch eine spezielle Maschine geben. Und in Spaghetti-Form ausschneiden. Meine bunten Nudeln sind fast fertig. Das Wichtigste beim Kochen ist natürlich, alles mit Liebe zu machen. Oh, ich sehe nichts wegen diesem Dampf. Mama. Oma, du hast vergessen, den Ketchup zu öffnen. Oh nein. Jetzt bin ich selber voller Ketchup. Oh mein Gott. Winste, ich bin mir sicher, dass du diesen Anblick ja gewohnt bist. Ach, danke für die Serviette. Also, der Ketchup kommt jetzt auf die Nudeln. Ich bin fertig. Oma, gut gemacht. Das sieht ja langweilig aus. Ich sollte meine Spaghetti es noch irgendwie interessanter machen. Eiskaltes Händchen. Die Oma hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Warum nicht den Ketchup? Als Blut benutzen. Und das Auge krönt die Sache. Das sieht so gruselig aus, als würde ich nicht essen. Meine bunten Nudeln sind auch fertig. Die werden niemanden erschrecken. Winste, willst du mich schon wieder erschrecken? Nee, deine Nudeln gefallen mir nicht. Probieren wir mal die klassische Variante von der Oma. Schmeckt gut. Na, hab ich's doch gewusst. Oh, mein. Oh, wow. Was für bunte Nudeln. Die muss ich sofort probieren. Eindeutig, die haben gewonnen. Die Westerchen, du bist die Aller, Allerbeste. Oh, Wednesday. Ich hab ja ganz vergessen. Ich hab extra eine Haarspange für dich. Ich hasse solche Haarspangen. Oh. Diesmal wünsche ich mir einen Cäsar-Salat. Ganz einfach. Aber Salate mache ich gerne. Probieren wir es mal. Beim Cäsar geht's natürlich um den Kohl. Und ums Hähnchen. Und um den Zwieback. Ach, den sollte ich nicht essen. Ach ja, den Käse nicht vergessen. Ich bin mir sicher, Margot, wird das gefallen. Ich mach meiner Schwester ein Frühlingsgeschenk. Ist zwar kein Cäsar, aber ich hoffe, es wird ihr trotzdem gefallen. Wednesday, schau dir diese tolle Idee an. Hm. Finde ich gar nicht cool. Ich hab eine viel, viel bessere Idee. Ich packe meinen Salat einfach in eine Paprikaschote. Und aus den Oliven mache ich ein paar Augen. Und schon habe ich einen kleinen Frosch. Mal sehen, was ihr gemacht habt. Oh, Schwesterherz. Was für nette kleine Blümchen. Schmeckt aber nicht. Oh. Oh, die Oma hat mir einen Cäsar-Salat gemacht. Hm, genau so einen wollte ich. Wednesday, sind das etwa Oliven? Ich kann die nicht ausstehen. Oma, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, hab ich's doch gewusst. Aua, das hat wehgetan. Ich wünsch mir einen Donut. Das ist doch kein Problem. Natürlich doch, mein Liebes. Das ist nicht schwer. Hey, Oma, du hast ja schon den Teig fertig. Mein Teig ist auch bereits bereit. Ich hab nämlich jahrelang geübt. Jetzt muss ich die richtigen Formen ausstanzen. Und das Öl in die Pfanne geben. So werden meine Donuts richtig schön knusprig. Ich frag mich, ob ich das auch schaffen kann. Also, ich brauch einfach nur den Teig und die Form, oder? Ein, zwei, drei. Oh, Schatz, sei doch bitte vorsichtig. Aha, jetzt brauch ich also ein bisschen Öl, was? Ah, je mehr, desto besser. Das wird auf jeden Fall der Hammer. Es kann losgehen. Oh nein, was ist los? Wieso spritzt das denn? Ah, die Küche ist kein Ort für Kinder. Ich bin fast zwölf. Ich bin kein Kind mehr. Hier, nimm das. Oh, blöde Donuts. Ich muss den Herd ausschalten. Gerade noch mal so gut gegangen. Oh Mist, wie sehen denn jetzt meine Donuts aus? Die werde ich wohl wegwerfen müssen. Oh, mein Kleines, du hast mich erschrocken. Oh nein. Ich weiß ja nicht, meine Donuts sind bereits fertig. Jetzt muss ich sie nur noch aufschneiden. Und da ein bisschen Sirup reingeben. Und der Zuckerguss darf natürlich nicht fehlen. Und natürlich ein paar Streusel. Fertig sind wir. Oh, gar nicht schlecht. Aber die Oma ist auch schon bereit. Jetzt nehmen wir die Donuts raus aus der Pfanne. Und obendrauf kommt ein bisschen Puderzucker. Awesome. Hä, und was soll ich tun? Ich habe doch gar keine Lebensmittel mehr. Außer diesem Käse her. Ah, ich glaube, ich habe eine geniale Idee. Dieser Käse ist genauso zähflüssig wie ein Teig. Ich kann einfach einen Käse-Donut machen. Und da kommen noch ein paar Chips-Krümmel mit hinein. Oh, was ist denn hier los? Ein Erdbeben? Oh nein, das ist deine Enkelin. Immer mit der Ruhe. Ich bin ja auch schon fast fertig. Das hier werden meine Streusel. Ah, sieht doch toll aus, oder? Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß. Ich muss meinen Donut einfach ein bisschen anbraten. Direkt auf dem Herd. Oh, das macht richtig viel Spaß. Ach, mein Kind. Wir sind fertig. Was könnte besser sein als Donuts von der Oma? Oder vielleicht die von der Chefköchin? Oder vielleicht die von Jane? Oh, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Wow, ich liebe diese rosa Donuts. Hm, die schmecken gut. Und die hier sehen ganz normal aus. Schmecken auch ganz normal. Ich bin nicht beeindruckt. Wow, was für ein interessanter Donut. Den probiere ich mal. Wow, das ist ja Käse. Und der schmilzt ja so richtig im Mund. Köstlich. Oh, was soll ich bloß wählen? Okay, ich hab mich entschieden. Diese Erdbeer-Donuts gewinnen. Tja, die Chefköchin Emma gewinnt. Und jetzt hab ich Lust auf einen Salat. Hammer. Wow. Was denn für ein Salat? Ein Cäsar-Salat. Das ist der berühmteste Salat. Ich weiß, wie man den macht. Ich muss einfach die Tomate schneiden. Oh, mein Kleines. Was tust du denn da? So geht das nicht. Man muss vorsichtiger sein. Schau mal, ich zeig dir, wie das geht. Ein paar Salatblätter, ein paar Tomaten. Jetzt kommt noch eine Hühnerbrust mit hinein. Wunderbar. Ich würde nicht sagen, dass das so einfach ist. Ich zeig euch, wie man eine schöne Portion Salat macht. Dafür gebe ich einen ganzen Haufen Grünzeug in den Mixer. Und gebe das Wasser hinzu. Äh, das ist ja so eine Art grüner Brei. Das ist kein Brei. Das ist Old Cuisine. Jetzt muss ich die entstandene Mischung etwas abkühlen. Und schon habe ich ein Gelee erhalten. Ach du meine Güte. Ja, darf ich mal? Jetzt können wir hier ein bisschen Gemüse mit hineingeben. Und das Brustfilet darf nicht fehlen. Und das ist noch nicht alles. Ein bisschen Öl. Oh nein, was ist denn hier los? Ich muss zu meinem Salat noch ein bisschen Käse hinzugeben. Stimmst, Jane? Ja, Oma. Und was soll ich machen? Ich schneide einfach ein bisschen Gemüse. Du machst das ja schon wieder. Oh Mann, das sieht ja schrecklich aus. Wie ein Berg von Essensresten. Ich weiß, was ich machen kann. Ich benutze einfach Kaugummi. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber nicht nur Kaugummi, sondern auch noch ein paar Glotzer und ein paar Gummibärchen und ein paar Marshmallows. Wir sind fertig. Was für wunderbare und köstliche Gerichte unsere Teilnehmer kreiert haben. Aber was wird Gloria wohl mehr mögen? Das werden wir gleich herausfinden. Hm, womit soll ich anfangen? Was für ein komisches grünes Gelee-Ding. Sieht ja witzig aus. Nee, das ist voll ekelhaft. Gefällt mir nicht. Hm, und dieser Salat sieht ziemlich gewöhnlich aus. Ganz einfacher Salat. Einfacher Geschmack. Wow. Das ist ja cool. Das ist ja ein Gummibärchen-Salat. Oh, was für eine köstliche Kombination. Das mag ich viel mehr. Das hier ist auf jeden Fall der Gewinner. Yeah, hab ich's doch gewusst. Gloria, wir warten. Diesmal wünsche ich mir ein Spiegelei. Das ist doch ganz einfach. Das schaffe ich. Das schaffe sogar ich. Zuerst kommt etwas Öl in die Bratfolle. Gib mir mal auf etwas von dem Öl. Äh, wieso kommt da so wenig? Ich muss die Flasche fester schütteln. Oh nein, ich glaub, ich hab sie kaputt gemacht. Jane. Ach, Menno. Wie auch immer, ich mach mich jetzt an die Eier. Die werden aufgeschlagen. Ah, das kann ich auch. Oh Mann, das ist ja voll schnampig geworden. So macht man doch keine Eier. Ich zeig euch, wie das geht. Zuerst erhitze ich etwas Sahne. Jetzt gebe ich etwas Orangenschalen mit hinein. Und eine geheime Zutat. So mache ich ein ganz besonderes Gericht wie aus den besten Restaurants. Jetzt schneide ich Pfirsiche und füge diese spezielle molekulare Kochsubstanz hinzu. Es ist an der Zeit, kulinarisch zu zaubern. Und jetzt braten wir ein paar Molekulareier. Wow, sowas habe ich mal auf YouTube gesehen. Oh Jane, was machst du denn da? Aha, meine Eier, alles steht in Flammen. Oh, was für ein Albtraum. Ich werde definitiv verlieren. Kann mal sehen. Gloria wird auf jeden Fall nicht hungrig bleiben. Aber welches Gericht wird sie auswählen? Das werden wir gleich herausfinden. Ist es die Großmutter, die Superköchin oder vielleicht einfach nur die Schwester? Hm, womit soll ich anfangen? Ich probiere das hier. Oh, gar nicht schlecht. Und was ist das? Das werde ich nicht probieren. Hm, was für ein ungewöhnliches Ei. Wow, das schmeckt ja süß. Ich liebe es einfach. Ich wähle dieses Gericht aus. Ja, ich wusste es. Hey Oma, wir sind hier in der Challenge. Oma, ich wünsche mir ein Sandwich. Aber natürlich doch, mein Liebes. Ihr werdet auf jeden Fall verlieren. Ja, das werden wir ja noch sehen. Ich mache meinen Toast mit Nutella. Schön viel Nutella. Und als Toppings verwende ich noch Marshmallows und eine Tafel Erdbeerschokolade und süß-saure Marmeladenzungen. Awesome. Ich bin mir sicher, dass dieses Sandwich noch etwas Soße gebrauchen kann. Und natürlich etwas prickelnde Brause. Wunderbar. Das ist ganz schön originell. Aber ich denke, es ist besser, sich an traditionelle Rezepte zu halten. Senf, Schinken, Käse, Salatblätter, alles zusammen. Jetzt können wir dieses Sandwich noch knusprig anbraten. Nein, Oma. Du musst zuerst das Brot anbraten und dann die Füllung dazugeben. Und die wichtigste Gourmet-Delikatesse sind natürlich Schnecken. Was? Schnecken? Was für ein Gestank. Ach, dieser Duft. Riecht nach Paris. Und hier kommen natürlich noch ein paar Meeresfrüchte mit hinzu. Das riecht furchtbar. Wunderbar. Und zum Schluss füge ich noch etwas Schimmelkäse hinzu. Oh, der Oma geht's nicht gut. Das ist ein kulinarisches Meisterwerk. Unglaublich. Ich hab mich selbst übertroffen. Also ich finde, mein Sandwich sieht auch gut aus. Oh, die Schokolade ist geschmolzen. Aber ich weiß, was ich tun kann. Ich nehm mir einfach eine Schüssel mit Wasser. Gib da Eis hinein. Und da kommt jetzt noch meine Schokolade rein. Und schon ist sie gefroren. Oh, das hast du gut gemacht, mein kleines Mädchen. So unterschiedliche Teilnehmer und so unterschiedliche Sandwiches. Was wird wohl Glorias Wahl sein? Das finden wir gleich heraus. Wow! Oh, was für ein schönes Herz. Und was ist das denn für ein Sandwich? Probieren wir mal. Äh, das sind ja Schnecken. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ich hasse Schnecken. Oh, was für ein nettes Herz. Komm mal her. Richtig lecker. Ich liebe dieses Sandwich. Dieses Sandwich sieht ganz gewöhnlich aus. Boah, schmeckt aber lecker. Das ist besser als alle anderen. Ich wähle dieses Sandwich aus. Oh ja, die Oma hat gewonnen. Was haben wir da bekommen? Ach du meine Güte, das ist ja eine Bombe. Äh, die sieht wohl kaputt aus. Ach so, die ist essbar. Boah, wie lecker. Ein wahrlich explosiver Geschmack. Wow! Das ist unmöglich. Einfach genial. Ich würde sie auch gerne probieren. Awesome! Wow, bist du schon fertig? Noch ein letztes Detail ist geblieben. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Stoppuhr gegessen habe. Voll lecker. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt von da. Das ist ja eine echte Bombe. Was sollen wir jetzt tun? Was ist hier los? Hallöchen. Hier braucht ihr Hilfe? Ich werde euch helfen können. Das war's. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Was ist das denn? Ich frage mich, ob das explodieren wird. Oh, ich muss mich wohl beeilen. Äh, weiß jemand, wie das geht? Oh, der Timer ist noch schneller geworden. Ich muss gehen. Macht's gut. Oh, die fliegt ja hoch. Was sollen wir jetzt mit der Bombe machen? Keine Panik, ich hab einen Plan. Hä, wie soll das helfen? Äh, das Huhn vielleicht? Sicher nicht. Und das hier? Nein, pack das weg. Bist du langweilig. Okay, ich hab's gefunden. Das sollte definitiv funktionieren. Jetzt muss ich den richtigen Draht finden. Bitte, 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 bitte. Hoffentlich klappt das. Bitte, Mary. Es hat geklappt. Nein, die Zeit läuft noch schneller. Du meine Güte. Oh Mann, ich bin voller Schokolade. Ich auch. Wer von uns schafft mehr Schokolade? Das werden wir sehen. Noch eine und noch eine. Unentschieden. Das war großartig. Na dann, fangen wir mal an. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ein neues iPhone. Ich hab auch eins. Haben wir etwa die gleichen Geschenke? Keine Ahnung. Wir müssen es überprüfen. Oh, das fühlt sich so toll an. Und die ganzen Apps. So funktionieren die nicht. Ach so, das ist ja ein Schokoladen-iPhone. So was hab ich noch nie probiert. Wow. Wow. Wenn du ein Schokoladen-iPhone hast, hab ich ein echtes. Super. Zeit, ein paar Selfies zu machen. Ja, voll die coole Idee. Lächeln. Du ruinierst mein Foto. So ist besser. Na warte. Meine Rache wird grausam sein. Oh, meine Güte. Oh nein, mein iPhone. Das geschieht dir recht. Du hast mich erschreckt. Ups. Oh, wo war noch mal mein Schokoladen-iPhone? Oh nein, mein neues iPhone ist kaputt gegangen. Es war niegelnagelneu. Ah, ich hab eine Idee. Mary, was willst du? Oh, lass uns Handys tauschen. Ja, wieso auch nicht? Oh nein, dein iPhone ist doch kaputt. Du hast mich reingelegt. Du isst mein Schokoladen-iPhone. Gib es zurück. Ups. Oh Mann, ist es nur ein kleines Stückchen geblieben? Hä? Ein Schokoladen-Aufladegerät? Ich bezweifle, dass das hilft, aber es ist ein Versuch wert. Wow, jetzt kann ich dieses iPhone endlos essen. Wow, Mary, da hast du ja Glück gehabt. Verneide mich schweigend. Wie lecker. Vielleicht kann ich mein iPhone ja auch aufladen. Es ist ein Versuch wert. Oh, rette mich. Hast du eine Frisur? Du meine Güte. Ich will Erste sein. Wow. Wahnsinn, meine Lieblingskinder-Überraschungen. Ich hab auch welche. Ganz so sechs Stück. Was, du auch? Aber wer von uns hat Schokolade und wer hat echte Eier? Oh ja, ich hab Schokolade. Fange ich mal gleich an. Milchschokolade. Der Wahnsinn. Da sind M&M's Bonbons drin. Doppelt so lecker. Wow, so was will ich auch haben. Ich hab ja meine eigenen Kinder-Überraschungen. Da war ein echtes Ei drin. Wie eklig. Ha, geschieht dir recht. Das ist voll unfair. Ich hoffe, das nächste Ei wird nicht so sein. Jetzt hab ich Angst. Oh nein, da war auch ein Eigelb drin. Ich hasse es. Sieht ja furchtbar aus. Ich mag die Runde. Schließlich sind die Kinder-Überraschungen das Beste auf der Welt. Die sind selbst aus Schokolade. Awesome. Und drinnen warten auch noch Überraschungen auf dich. Wow. Oh, kleine Schokokugeln. Die liebe ich. Aber ich will auch eine Kinder-Überraschung haben. Chelsea, gib mir was. Kann die irgendwie... Nein, ich geb dir nichts. Das gehört mir. Chelsea, du bist voll gierig. Was soll ich tun? Ah, ich hab eine Idee. Ich werd Chelsea austricksen. Vielleicht versteht sie dann, dass man mit Freunden teilen muss. Was nehm ich mir als nächstes? Das hier. Boah, nee. Wieso schmeckt das so eklig? Hat's dir nicht gefallen? Ah, du steckst da dahinter. Jetzt warts mal ab. Oh, mein Gesicht. Dein Frank ist nach hinten losgegangen. Boah, wie eklig. Du musst alle deine Kinder-Überraschungen aufessen. Oh, nicht das. Okay, das sind ja schließlich die Regeln. Ich hab eine bessere Idee. Einen Moment. Was hast du vor? Ich nehm mir ein Ei. Ups. Ich nehm mir ein Ei, schlag es in die Pfanne auf. Und daraus mach ich jetzt Spiegeleier. Das sieht köstlich aus. Kann ich was probieren? Nein, die sind für Milch. Wie auch immer. Ein gefährlicher Kochtrick. Wow, das fliegt hier hoch. Na, warte. Oh, steht dir gut. Hey, Hilfe, Mann. Ich werd nie wieder kochen. Ich fang an. Wow, das ist ja ein McDonald's-Set. Super. Oh, ich hab genau dasselbe. Ich probier meins zuerst. Cola löscht perfekt meinen Durst. Hä, was ist denn da passiert? Ach so. Ich hab eine Schokoladen-Cola. Ich liebe Schokolade. Wasser. Wow, voll cool. Mh, da sind ja M&M's drin. Cool. Wahnsinn. Das ist die perfekte Kombination. Ich will auch sowas haben. Probieren wir mal. Oh nein, jetzt bin ich glatschnass. No. Na, hat dir deine Cola-Dusche gefallen? Daran ist nichts lustig. Ups. Wie schade, dass du deine Cola nicht mehr hast. Mh, die Pommes sind ja auch aus Schokolade. Ist ja cool. Sowas hat noch nie jemand probiert. Ich will gleich alles aufessen. Köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Selbst die Packung ist essbar. Ist das dein Ernst? Du verarschst mich doch. Die ist nicht essbar. Mann, jetzt bin ich ganz ohne Pommes. Und ohne Cola. Räck dich nicht auf. Hier hast du was. Vielen Dank. Das ist wirklich köstlich. Ich glaube, ich bin gerade dabei, endlose Schokolade zu kreieren. Eine, die niemals enden wird. Oh, ich glaube, hier fehlt noch etwas. Das ist doch der Schlüssel dazu. Nein, tu es nicht. Ach, komm schon. Ich weiß, was ich tue. Schau mal, da passiert doch was. Die Schokolade bewegt sich. Oh Mann, das war eine Schoko-Explosion. Du bist voller Schokolade. Du aber auch. Seltsam. Mein iPhone ist braun geworden. Schau mal. Es hat sich in Schokolade verwandelt. Schmeckt gut. Echt jetzt? Lass mich auch mal was probieren. Tatsächlich. Voll lecker. Wahnsinn. Schau mal, das ist echtes Gold. Wow. Und ich habe das Gleiche. Ich frage mich, wer von uns ein Schoko-Ziegel bekommen hat. Hoffentlich habe ich ihn. Probier ihn doch. Ganz genau. Ich habe die Schokolade. Ich brauche kein Gold. Vielleicht kann ich meinen Goldbarren ja auch essen. Na, schmeckt es dir? Nein. Es hat mir die Zähne ausgeschlagen. Ach du meine Güte. Aber warte, ich habe einen Plan. Ich kann sie dir wieder einsetzen. Gib mir deine Zähne. Wobei, deine Zähne brauche ich nicht. Ich nehme einfach dein Gold. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Lass uns die Augen schließen und weitermachen. Come on. Das macht doch viel mehr Spaß. Oh nein, das ist ja eine Chilischote. Ich muss einfach unsere Teller vertauschen. Alex wird nichts bemerken. Oh yeah, ich habe eine Chilischote-Schokolade. Ach Mist, ich habe eine echte Chilischote. Tja, sowas kann nun mal passieren. Lass es dir schmecken. Nichts geht über eine Portion Schokolade. Muss ich jetzt wohl meine Chilischote probieren? Hey, die ist ja gar nicht scharf. Da ist Schokolade drin. Ich glaube, du hast was vertauscht. Schau mal rein. Oh nein, meine Chilischote war bloß mit Schokolade überdeckt. Es ist viel zu heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll. Hier hast du ein bisschen Wasser. Das hat dich wirklich geholfen. Warte. Endlich. Jetzt geht es mir besser. Ich habe ein bisschen Milch gebracht. Nein. Das hätte wirklich nicht sein müssen, Alex. Wow, ein Puppet. Genau das Beste zum Stressabbau. Einverstanden. Aber warte mal, wieso spielen wir beide? Einer von uns hätte doch den Schokopuppet haben sollen. Ich bin es sicher nicht. Oh, schau mal. Ein Rätselknopf. Ich habe auch so einen. Lass mal draufdrücken. Oh, wie cool. Ich habe eine Schoko-Cola bekommen. Und die ist übrigens mit heißer Schokolade gefüllt. Ein Traum ist wahr geworden. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach die Schokolade in mein Puppet. Friere das Puppet ein und kriege dadurch ein Schoko-Puppet. Ab in die Tiefkühltruhe. Fertig. Schau dir mein tolles Schoko-Puppet an. Hey, lass mich doch wenigstens ein bisschen probieren. Mh, das schaffe ich nämlich ohne dich. Schau mal, wie lecker das ist. Oh, bist du gierig. Hey, wieso sitze ich da? Ich habe schließlich auch noch eine Cola. Die könnte ich auch einfach in mein Puppet gießen. Und einfrieren. Ja, und was hast du daraus bekommen? Das wirst du gleich sehen. Oh, das hat wehgetan. Schau, was du angerichtet hast. Das wollte ich nicht. Ich hatte es bloß eilig. Schau mal, jetzt habe ich einen Coca-Cola-Lolli. Boah, lass mich mal probieren. Aber klar doch. Ach, herrje, Mini, bist du etwa kleben geblieben? Das sah ich nicht kommen. Nun, dann werde ich wohl den Rest deines Schoko-Puppets aufessen müssen. Gib her. Alleine schaffst du das eh nicht. Ach komm, schon hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, natürlich. Oh Mann, ein Kaktus. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe auch einen Kaktus. Sieht ganz schön stachlig aus. Aua, der piekst ja. Sei besser vorsichtig. Ich muss meinen Kaktus probieren. Oh toll, die Nadeln kann ich ja essen. Wahnsinn, voll lecker. Das sind kleine Kekse. Ich habe so viele Keksstacheln. Die letzte Stachel nehm ich mir. So, jetzt hat mein Kaktus keine Stacheln mehr. Jetzt kann ich was abbeißen. Schau dir deine Zähne an. Die sind mega braun geworden. Ist doch egal. Ist du dein Kaktus? Meiner ist echt. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn angehen soll. Obwohl, ich habe einen Plan. Ich nehme mir einfach eine Rasiermaschine. Rasier die Stacheln ab. Hey, hör auf, das tut doch weh. Tut mir leid, ich habe dich nicht bemerkt. Jetzt ist mein Kaktus glatt. Und statt ihn zu beißen, versuche ich einfach Kaktus-Saft daraus zu bekommen. Das ist ja voll furchtbar. Lass mich auch mal einen Schluck nehmen. Aber gerne doch. Oho, mir wird schlecht. Ich muss gleich kotzen. Ich habe dir doch gesagt, dass das eklig ist. Das ist der schlimmste Saft, den ich je probiert habe. Wow, ein neues iPhone. Du hast ein echtes iPhone, das heißt, meins ist Schokolade. Schau her, das ist das erste iPhone, das ich biegen kann. Und außerdem das leckerste iPhone, das ich je probiert habe. Denkst du, dein iPhone ist besser als meins? Ganz und gar nicht. Okay. Schau mal, mit meinem iPhone kann ich mir die ganzen Süßigkeiten, die ich möchte, bestellen. Hey, kann ich auch was probieren? Nein, auf jeden Fall nicht. Das ist schließlich mein Handy. Wobei, wenn du unbedingt möchtest, bitte sehr, das ist für dich. Danke dir. Oh nein, das ist eine Kakerlake, nein. Oh, wie ekelhaft. Was für ein Albtraum. Alex, sie sitzt auf deinem Kopf. Was, nein. Das werde ich nicht zulassen, macht, dass du wegkommst. Okay, das habe ich geschafft. Dann kann es weitergehen. Mit meinen Süßigkeiten. Oh wow, das ist eine Kamera. Eine richtige Kamera. Mach mal ein Foto von mir. Okay. Du siehst saukomisch aus. Was für ein Gesicht. Kannst du auch ein Foto von mir machen? Aber gerne doch. Bingo. Oh, Baby. Oh yeah, das sieht toll aus. Wäre noch etwas witzig. Witzig? Zeig mal her. What? Wieso hast du das getan? Wow, und ich habe eine Schokoladenkamera. Ich frage mich, ob sie schmeckt. Hast du das gesehen? Sie hat meine Brille in Schokolade verwandelt. Fantastisch. Die will ich ja schnell essen. Hey, lass mir doch ein Stück übrig. Vergiss es. Dann will ich meine Schuhe eben in Schokolade verwandeln. Wow, hast du das gesehen? Jetzt will ich was abbeißen. Mega cool. Guck mir doch wenigstens ein Bissen ab. Bitte, bitte. Ich gebe dir dafür meine Kamera. Nein. Dann klaue ich deine Kamera. Wag es ja nicht. Ups, was ist denn hier passiert? Oh, Barbie ist jetzt auch aus Schokolade. Yeah, ich kann ihre Hand essen. Ohne, dass die mich zumeckert. Oh wow, ich liebe es hier. Ich will als Erster anfangen. Oh, was für nette Kinderüberraschungen. Und was hast du? Ich habe das Gleiche. Wie seltsam. Das ist irgendwie verdächtig. Aber ich freue mich schon darauf. Oh, ich liebe Schoko-Eier. Pass doch auf, wohin du deinen Müll schmeißt, Susie. Tut mir leid. Ich bin viel zu sehr auf die Schokolade konzentriert. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Oh man, da sind ja auch noch Süßigkeiten drin. Die kommen direkt in meinen Mund. Oh, das ist mega lecker. Die perfekte Kombination aus Schokolade mit Schokolade. Ich will gleich mehr davon. Oh man, in diesem Ei sind Gummibärchen drin. Ich liebe es. Jedes Mal eine neue schöne Überraschung. Und das ist richtig toll. Und hier kriege ich noch mehr Schokolade. Das ist einfach nicht zu fassen. Von Mal zu Mal werden die Überraschungen schöner. Was guckst du denn so? Kümmer dich um deine Eier. Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich das tue. Was ist das denn? Ein echtes rohes Ei? Das habe ich nicht erwartet. Glaubst du, das war es auch schon? Mach dein nächstes Ei auf. Ich hoffe, da ist was anderes drin. Oh nein, schon wieder ein rohes Ei. Das ist ja voll eklig. Ich hasse es. Alles klar, da hat jemand Pech gehabt. Oh man, und ich habe eine neue Ladung Süßigkeiten. Schau mal, was ich mir überlegt habe. Ich werfe sie hoch und fange sie mit dem Mund. Das hat wehgetan. Ich hätte es so einfach Nein sagen können. Hör auf, mich zu ärgern. Ich glaube, ich weiß, wie ich hier eine Lektion erteilen kann. Ich sehe, du beneidest mich. Gut so. Was ist das denn? Das ist ja gar keine Schokolade. Ich glaube, ich weiß, wie man das eingebockt hat. Wieso hast du mich angespuckt, Susie? Das ist noch nicht alles. Hier, bedien dich. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich muss erst mal mein Outfit ändern. Steht mir gut, oder? Was hast du denn vor? Ich werde mir ein paar meiner Eier zubereiten. Oh ja, das riecht schon richtig toll. Geh weg, Susie. Ich werde dir sicher nichts geben. Ich wusste gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Aber ich glaube, du wirst dein Gericht gar nicht erst probieren können. Hey, was machst du? Nein, die Eier sind direkt auf mein Gesicht gefallen. Hier kommen unsere neuen Portionen. Lass uns herausfinden, wer anfängt. Ja, ich werde es sein. Wow, das ist ja eine Flasche Cola. Hast du Glück gehabt? Und was habe ich? Auch eine Cola. Großartig. Eine von diesen Flaschen muss doch sicher aus Schokolade sein. Voll seltsam. Ich kriege meine nicht auf. Ach so, weil meine auch Schokolade ist. Vielleicht ist ja meine auch schokoladig. Nee, das ist eine ganz normale Coca-Cola. Aber dadurch ist sie nicht weniger lecker. Ist irgendetwas in meiner Flasche drin? Ist die etwa leer? Oh, ganz und gar nicht. Da ist ja noch flüssige Schokolade drin. Das ist genau das, wovon ich jetzt geträumt habe. Schmeckt unglaublich. Ich kriege gar nicht genug davon. Susie, wie siehst du denn aus? Du solltest dein Gesicht waschen. Oh, ich habe noch so viel Schokolade übrig. Was machst du denn da? Das ist doch voll unschön. Ist mir egal. Hauptsache es schmeckt. Ich komme einfach nicht an meine Nase. So ist besser. Bravo, Susie. Die Flasche habe ich ja völlig vergessen. Die ist ja auch noch aus Schokolade. Mann, ist das mega lecker. Die will ich auch noch aufessen. Gib mir doch wenigstens ein Stückchen. Nein, sicher nicht. Ich habe selber nicht genug. Was willst du? Nein, ich habe gesagt, ich teile nicht mit dir. Aber wir sind doch Freunde. Na, zum Glück habe ich noch meine eigene Cola. Ich glaube, jetzt könntest du mit mir teilen. Du hast recht. Warum nicht? Schau mal, was da drin ist. Was denn? Na da, du Dummerchen. Ich habe dich ausgedrückt, Susie. Und du hast mir geglaubt. Das ist nicht fair. Wie konntest du das nur tun? Denkst du, ich lasse dich damit durchkommen? Sicher nicht. Ich habe hier nämlich noch ein paar Mentos. Und wir alle wissen, was passiert, wenn ich die in die Cola gebe. Schau mal, da kommt jemand geflogen. Warte, ich habe hier etwas Wichtiges zu tun. Erledigt. Ich habe nichts gesehen, Susie. Was ist denn hier los? Wieso kommt die Cola direkt in mein Gesicht? Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Lass uns weitermachen. Ich glaube, meine Augen nicht. Chili. Das habe ich auch nicht erwartet. Du fängst an. Nein, nein, nein. Du fängst an. Ich weigere mich, das zu essen. Viel Glück. Okay, wenn du darauf bestehst, werde ich anfangen. Das schmeckt ja ziemlich gut. Das ist Schokolade. Da hat jemand Glück gehabt in der Runde. Moment mal. Heißt das etwa, dass ich die richtige Chili-Schote bekommen habe? Bloß nicht das. Schade, dass ich nicht mit dir teilen kann. Die Portion ist zu klein. Hier kommt noch ein kleiner Bissen. Das war köstlich. Jetzt bist du an der Reihe. Ich habe Angst. Ich hasse diese Schärfe. Hey, wieso hast du die Schurte geworfen? Ich wollte dich doch bloß ein bisschen erschrecken. Ich habe auch so schon Angst. Zwinge ich mich dazu? Hör auf. Mitleid wird dir nicht helfen. Also komm schon. Verliere keine Zeit. Du hast recht. Je schneller ich anfange, desto schneller bin ich fertig. Das ist ja gar nicht scharf. Schmeckt sogar. Das war es auch schon. Aua, du hast mir in die Stirn getroffen. Nein, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, da hat jemand voreilige Schlüsse gezogen. Aber wir sollten noch mehr Feuer machen. Hier, trink das da. Danke dir. Ich könnte das jetzt gebrauchen. Nein, das ist Tabasco. Du hast mich reingelegt. Hilfe. Ich fliege ins All. Aber es ist voll schön hier. Schönen Flug noch, Susie. Bloß nicht das. Ich falle runter. Hilf mir. Das hat wehgetan. Sorry, das war aus Versehen.